Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lassen die mich denn hier raus? Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns für Kinderchirurgie. Wenn Sie mich die Welt abholen, kannst du irgendwas für mich tun, Frau Dr. Wolf? Ich kann nicht nach Thorgau zurück. Ich halte es dann nicht aus. Können Sie was für Stella machen? Kofi ist eine Vernichtungsanstalt. Sie haben aber eine schöne Freundin. Was hat die Frau? Friedle hat Krebs und wird sterben. Und der Offizier? Ihr Ehemann. Machen Sie das öfter? Das sterben erleichtern. Arschlöchern helfen. Da steht ein altes Holzkreuz. Und dort beginnt ein Hohelweg. Und unten ist das Meer. Das ist der schönste Ort, den ich kenne. Die kommt nicht, Marina. Hat der sie festgenommen? Das ist der Gang stipp. Untertitelung. BR 2018